So, hallo, wir machen weiter bei Superliminal und das letzte Mal haben wir uns ein Easter Egg geholt, in der Hoffnung, dass es eine Art Easter Egg war, aber ich bin hier hoch, den ganzen Weg hier hochgekraxelt, bis da nach oben und dann lag da einfach ein Ei. Ich meine, Ei, Easter Egg, es passt einfach viel zu gut. Ja, und ansonsten, storytechnisch haben wir hier ein Radio gehört und da haben sie gesagt, hey, wir sind was Besonderes und zwar so besonders, dass die gar nicht mehr wissen, wo wir sind. Also irgendwie sind wir leicht abseits unterwegs, aber hey, das passiert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird. Ich weiß, das Spiel wird nicht sonderlich groß sein, gerade deswegen. Okay, das Ding kann ich nicht abmachen. Das hängt da. Ich brauche was, um da hochzukommen. Okay. Äh, ja, das, okay. Ich ahne, wie das Rätsel funktioniert. Ich gehe jetzt erstmal rum. Ich gehe jetzt erstmal rum, ich ahne, wie das funktioniert, was ich tun muss. Und ich bin jetzt schon gehypt, dass das geht. Ich bin jetzt schon gehypt, dass das möglich ist. Aber ich ahne, was ich tun muss. Erstmal eine Rede halten. No, 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 no. Ja, ich kann nämlich nichts mitnehmen. Gar nichts. Das einzig, was ich nehme. Lol. hat er sich jetzt wann habe ich denen manifestiert ich wollte mich gerade sagen ich gucke jetzt bewusst noch nicht hin weil ich habe gesehen wenn man die bestimmten der bestimmte position bringt die dinger dann dann sieht es aus wie ein würfel und wenn man das einmal macht manifestiert dass ich einfach automatisch ich dachte ich muss den dann so greifen erst okay da hat sich einfach direkt manifestiert ja cool als ich beim pult war oder weil beim pult müsste er das müsste in etwa die position gewesen sein also wenn ihr euch auch was passiert ist ich vermute als ich hier so rum gelaufen bin hat sich hier die form zu dem würfel gebildet das würde passen okay war ein bisschen eher als ich wollte aber gut warum nicht mein mehr ist ja auch nicht hier zu dem rätsel und ob ich will nichts davon verpassen hier muss ich ein bisschen höher das auch okay da ist auch wieder was was sich als bild erstellen lässt was auch immer das dann wird aber da ist auch wieder was was ein bild wird da ist der rest da seht ihr da wird gleich ein bild irgendwie daraus werden und wahrscheinlich ist dann in dem letzten raum ja das geht hier weiter ok 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 ich versuche jetzt erst ein bisschen mich umzugucken und dann achten wir diesmal besser drauf wann ich diese figur erstelle guck mal da ist schon wieder so ein ding jetzt ist es noch nicht real und wenn ich jetzt hier rumlaufe da ist noch so eine base die das ganze kaputt macht wo ist die base die dazu gehört was ist oh oh das ist der tisch jetzt ist der tisch erstellt worden das war das ding und jetzt kann ich nämlich die base da einfügen und jetzt wird dann der würfel der oha das hat man alles gebraucht dass der würfel entsteht aber guck mal den muss ich jetzt nehmen der entsteht nicht automatisch ja so habe ich mir das nämlich auch eher gedacht deswegen habe ich ziemlich gewundert dass der direkt entstanden ist weil ich eigentlich an nichts geklickt hatte und das ist gar kein wirken das ist ja sick okay ich bin fan ich wusste ich wusste als ich den trailer dazu gesehen habe bei 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 den steam awards das ist ein spiel für mich ein bisschen kleiner okay nice sonst habe ich glaube ich nichts verpasst hoffe ich mal und ob wo den kann ich sogar mitnehmen denn auch wegwerfen oder sputte mir denn auch aus der spuckt wahrscheinlich einfach alles aus hä ich kann den gar nicht wegwerfen vielleicht braucht man den wirklich noch deswegen kann man nicht wegwerfen oder ich bin einfach gerade so doof dafür das passen zu setzen die der nächste müssen erst mal erstellen dafür muss ich wahrscheinlich auf eine von den beiden höhen die hier ist hier ist der rest vom exit oder was perception ist reality nee das ist irgendwas anders was was wird hiermit erstellt doch das muss ein teil vom exit sein oder das ist ein komischer teil vom ecken hey das sieht ganz merkwürdig aus was ist auf der anderen seite ist da auch irgendwas an den wänden hier ist gar nichts hier ist absolut gar nichts dann ist es schon da drüben irgendwie ja hier ist nichts das kann jetzt ein bisschen hoch jetzt sieht man sogar die nägel ich komme sogar hoch weiß ob es ist halt so kommt aber da das ist das ist ein stück tür doch das sieht man schon aber was ist das hier alles muss ich dieses teaser da da jetzt oh mein gott ach das war es so an jetzt erkenne ich dass das war so angeklebt das ist viel mächtiger jede musik setzt wieder komplett aus tut es jemand dann wenn ich wo bin wo ich nicht sein soll hier scheint nichts zu sein kann ich da unten drunter jo das ist 100 prozent dass man da nach hinten gehen kann ist hundertprozentigen easter egg ich gehe jetzt erstmal nicht da hoch da hinten ist es hundertprozentig auch wieder ein easter egg ja 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 es ist schön es ist wunderschön ich frage mich ob man mit einem von den dingern interagieren kann safe kann ich hier eine figur bei bauen aber was war mein gott ich kann hier safe eine figur bauen irgendwas bildet sich hier gerade seht ihr das jetzt gibt sie noch mehr hier gibt es noch mehr hier gibt es bestimmt noch mehr oh mein gott jetzt muss ich wieder rumprobieren das war doch nicht nur eine mögliche figur vielleicht aber auch mehr figuren sehe ich so auf die schnelle eigentlich nicht da könnte sich irgendwas bilden jetzt fängt man halt an sich figuren einzubilden die die entstehen könnten aber irgendwie irgendwie auch nicht aber der tisch war ja sick na gut wir gehen mal weiter vielleicht wird es später nochmal relevant vielleicht habe ich auch was verpasst in jedem fall war es cool so was erzählst du mir so 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 Keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Okay, hier kann ich auch mit nix interagieren. Da hoch nützt mir auch nicht viel. Okay. Okay, hier sehe ich schon jetzt wieder, dass ich da eine riesige Figur an der Wand bauen kann. Das ist ja offensichtlich. Ja, das ist ja auch so grün angemalt, also da entsteht gleich eine riesige Schachfigur. Und mehr kann ich aktuell auch nicht tun. Nee, mehr kann ich nicht tun. Bauen wir die Figur. Äh... Ja, gut. Aber ich kann nicht weiter zurück. Vielleicht muss ich erst den Würfel bauen. Ja. Mit dem Würfel gehe ich da hoch. Und von hier oben kann ich die Figur bauen. Jo. Und jetzt habe ich schon wieder zwei Optionen. Ich kann hier oben rein. Ich kann hier oben rein. Aber geht noch nicht. Ich kann da durch. Bisher war es ja nie... Oh, wait. Ich kann noch nicht da oben rein. Wie denn? Oder kann ich auf die Figur drauf? Loll. Also das Clipping hier ist schon interessant. Wieso die... Ne? Ich glaube das ist nicht so gedacht. Ich glaube das ist nicht so gedacht. Ich ziehe es nochmal hin. Okay, ich käme da oben rein. Achievement. Bitte benutze die andere Tür. Dann war hier das Secret und das andere ist der richtige Weg. Okay. Wait. Hier ist... Seht ihr das? Kann ich da irgendwas machen? Ne. Okay. Aber ich habe einen Würfel. Mit einer... Nicht lesbaren eins. Ah, der leuchtet. Ach, das ist die Lampe. Ne. Hä? Das ist eine Figur. Ich muss den auf die Eins kippen. Ne. Jetzt kipp halt noch um. Doofes Ding. Andersrum. Oha. Oha. Ja. Nee. Jetzt ist die Eins oben. Das wird mir aber nix nützen. Und da kann ich die so machen. Achso. Ne. Ja. Gut dann nicht. Oh, jetzt sind wir ganz außen. Oh wait. Achso. Das macht nur... Das macht nur hier zu. Jetzt sind wir wirklich an der freien Luft. Also sind wir jetzt... Ich weiß nicht, sind wir noch in einem Traum, dass er den... Jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind immer noch in einem Traum. Und zwar... Wir haben es ja gerade schon gelesen, da stand an der Wand luzide Träume. Also Träume, in denen man sich selbst kontrollieren kann. Ich liebe sowas übrigens. Na, wenn du merkst, wenn du realisierst, du träumst... Und dann, in dem Moment, wo du es realisierst, kannst du sozusagen... Hey, jetzt kann ich im Traum alles machen. Und dann kannst du zum Beispiel fliegen und solche Geschichten. Ich liebe das. Das ist ein bisschen klein. Hier kann ich durch. Mehr gibt es ja auch nicht für mich. Okay. Ja, jetzt muss ich natürlich Dinge wieder ausprobieren. Das Problem ist... Das vermutlich... Ja... Wird jetzt, dass ich testen will, das Ding nicht so fällt, wie ich das brauche. Da kann ich mich da jetzt wieder so hoch backen. Auf das Ding drauf. Das wäre wild. Nee. So nicht. Mach mal her. Oh shit. Das war nicht, was ich wollte. Ich habe noch einen Würfel. So ist ja nicht. Vielleicht könnt ihr jetzt zusammenarbeiten, ihr zwei hübschen. Oh. Das haut nicht hin. Oh. Jetzt habe ich eine Idee. Okay. Oh, die interagieren die nicht miteinander? Oder was war das gerade für eine Aktion? Doch. Nein, der kippt komplett. Das sieht schon besser. Das sieht sehr gut sogar aus. So. So. Oh. Das reicht nicht. Da komme ich nicht hoch. Ach. Das ist neu. Oha, jetzt ist er wieder ganz klein geworden. Perfekt. Ja, das ist neu, dass man hier gestoppt wird, ne? Das ist cool. Okay. Da weiß ich Bescheid. Ich darf da nicht hoch. Lol. Wisst ihr, wo wir sind? Da, wo das Ei vorhin war. Aber da war damals noch kein Rad. Aber ich kann jetzt hier nicht raus. Hier war zwar das Ei, aber ich kann jetzt hier nicht raus. Hallo. Mein Name ist Dr. Glenn Pierce und wir können dich noch nicht finden. Aber du solltest jetzt eine Reihe von Elevatorn haben, die euren Sub-Konsäß, um dich zu wagen. Du solltest auch eine variety of emergency exit signs finden, die dich an sie führen sollten. Will all of this work? Absolut. Kann ich hier die Schilder wieder abmachen? Nein, also ich kann damit nichts interagieren. Wait, da unten ist ein grünes Schild. Komm ich an das ran? Bringt mir das was? Jetzt ist es weg. War das von mir noch vorhin einfach da gelegen oder, oder, oder? Man weiß es nicht. Aber ich habe das Schild gesehen. Vielleicht hätte ich damit irgendwas tun können. Falls ja, jetzt ist es zu spät. Okay, also es kommen Aufzüge, hat er gesagt. Feuermeldeexpert. Okay, es sind wirklich Achievements, die alle zu drücken. Nice. Ich hoffe, ich habe noch keinen verpasst. Okay. Oh, lol. Okay. Okay. Ja, wie geht's im Moment noch? Ah, da oben. Oha, ich... Ja... Seht ihr, was ich sehe? Aus einer gewissen Perspektive kriegen wir einen Würfel zustande. Weiß noch nicht ganz welche. Ach! What the fuck? Ich hab einfach einen Mond gegrätscht. Ich mein, gut, ist in dem Fall eine Lampe, aber... Das wird allerdings nicht mehr grö... Oh shit. Äh... Ja, das war's dann auch mit dem Mond. Kann ich das resetten? Fragezeichen? Nee, aber dann kann es auch nicht wichtig sein, den zu haben. Aber wie krieg ich jetzt hier... Manchmal sieht er das hier, ne? So, hier wird so eine Art Würfel draus. Aber ich komm nicht weiter zurück. Und muss ich das aus der Perspektive, das ist auch nix. Ha! Und da sind auch diese komischen gelben Stangen. Oder muss die Spiegelungen Würfel ergeben? Jetzt werde ich ganz bekloppt. Oh! Mach mal, so wird hier eine Linie draus. Aber so wirklich... So wirklich perfekt ist das jetzt noch nicht, ne? Aber die Linie ist nur so entstanden. Nur hier. Ich kann zwar näher ran. Das macht's aber nicht besser. Ich kann auch weiter weg. Und die Linie so lassen. Aber auch das... Ah, seht ihr da... Seht ihr das? Das hier muss sich auch noch verbinden. Aber es kann nicht so nix. Zumindest wirkt es so, als ob es sich verbinden müsste. Ha! Ich muss doch mehr sein als dieser Mond, den ich jetzt nicht mehr nehmen kann, weil ich ihn da irgendwo... ins Nirwana geschossen habe, mit meiner Verkleinerung. Guck mal, der ist einfach gar nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung, wo ich denn hingesetzt habe. Und der fällt ja nicht runter. Der ist ja in der Luft geblieben. Ich bin mal zu frei. Und irgendwas blinkt da ja auch an dem Mond. Guck mal, so kann ich jetzt da hinstellen. Da ist ein Radio drauf. Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. In dem Moment, dass dieser Elevator dich nicht wachst, bitte nicht interagieren mit nichts, was dich psychologisch signifiziert ist. Denn wir werden es nicht mehr kontrollieren. Zum Beispiel, wenn du deine Eltern sehen möchtest, bitte schau sie in die Gesichter, wie du siehst, und schau sie in die Gesichter, wie du siehst. Okay, das hätte ich sonst auch gemacht. Ja, aber was tue ich jetzt hier? Ich dachte jetzt vielleicht, hilft mir das hier, das Ding zusammenzubauen, wenn ich hier höher gehe. Aber es setzt halt auch, es wirkt halt ganz komisch so, ne? Ich meine, es wirkt wie so, aber ich meine, ich habe jetzt einen Würfel, was will ich mit dem Ding hier noch? Ich wette, aber da kann man auch irgendwas machen. Irgendwas kann man da noch machen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas kann man da noch machen. So, aber klar, jetzt kann ich ja mit dem Ding hier nach oben mich bauen. Bin ja komplett lost. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Noch ein bisschen mehr. Ha! Oh lol. Okay. Oha! Wo ist der Würfel? Da. Aber dann bin ich so blöd worden gewesen und habe alles, was in dem Würfel ist, kleiner gemacht. Ich hätte nirgendwo mehr rangekonnt. Ah, das macht alle aus. Ah ja. Okay. 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 Wie hoch kann ich hier eigentlich? Äh, wollte ich nicht. Jetzt will ich sagen, wieder ganz klein plötzlich. Das will ich eigentlich ja gar nicht. Ich wollte mal da hoch gehen. Ja, das sollte reichen. Okay, aber da kann man nicht drüber. Okay. Das sieht nur so aus. Gut. Ich lasse den mal an, weil es ist hell. Okay, hier kann ich was bauen. Oder? Vielleicht erst, wenn es dunkel ist. Irgendwas entsteht hier. Aha. Noch eine Blaupause gefunden. Vielleicht da rein. Nee. Okay. Wo geht's weiter, ist die Frage. Warum liegt einfach eine Uhr an da? Achso, das sind so Wandelemente. I see. Okay. Aber I see noch nicht so ganz, wo ich hin muss. Die Türen gehen ja alle nicht. Jetzt bin ich einmal rum. Machen wir hier mal aus und gehen mal mit dem Mond, mit dem Mondding rum. Weil das ist schön hell. Oh. Ich ahne etwas. Ich ahne etwas. Ich ahne etwas. Der zeigt mir jetzt bestimmt durch das Licht irgendwie was anderes. Wahrscheinlich da, wo ich gesagt habe, ich kann da was bauen. Okay. Oder ich kann hier jetzt irgendwie durch, weil irgendwie die Perspektive sich ändert oder so. Okay, nein. Definitiv nicht. Definitiv nicht. So, aber da waren die Platten. Und die Platten hier sind das Einzige. Guck mal hier zum Beispiel. Das ist alles so irritierend. Was ist das? Oh, wait. Hier ist noch mehr auf dem Boden. Oh, was kann hier draus werden? Irgendwas entsteht da doch, wenn ich das... Aber wie muss ich das betrachten? So auf jeden Fall nicht, ne? So entsteht da gar nichts. Ne, so entsteht da gar nichts. Aber... Mit dem Ding. Dieses... Dieser... Dieser... Diese Einkerbung da irritiert mich brutal. Ich kann hier auf jeden Fall irgendwas machen, aber ich weiß absolut nicht was. Und irgendwie muss ich es schaffen, dass dieses Ding da drunter... Ich meine, das ist doch sicherlich nicht umsonst hier. Wo war der andere? Da war der andere. Aber der Fleck hier ist noch mal viel irritierender. Ne? Ach. Ach, lol. Muss ich den da irgendwie passend ansetzen? Wie entsteht der denn da? Was zur Hölle? Der wird ja mal größer. Der ist auf jeden Fall relevant, aber inwiefern? Wo soll der hin? Wo soll der hin? Da irgendwie an den Rest? Okay, wenn ich die drehe, dreht sich der Fleck auch. Jetzt wird's richtig creepy. Das ist das Radio. Das ist das Radio obendrauf, ne? Stimmt, das ist das Radio. Das hat mit der Farbe da drüben gar nichts zu tun. Das geht überall. Und shit, dass das überall geht, macht es nicht einfacher. Zu denken, dass da jetzt nichts damit... Was muss ich hier tun? Hilfe! Wenn ich jetzt runtergehe, komme ich nie wieder hoch, ne? Sagt mir das irgendwas, was ich tun soll? Ne. Oh, Leute, was sehe ich denn nicht? Ich sehe irgendwas überhaupt nicht. Kann das sein? Das ist das halt hier... Hier muss es doch irgendwas auf sich haben. Oh, wait a moment. Vielleicht den da reinsetzen? Und wenn ja, bringt mir das irgendwas? Obviously, no. Das Ding macht auch so einen Schatten. Muss ich? Aber das wäre ja auch wieder Blödsinn, so dass man das so verbinden muss. Keine Ahnung. So, die Schatten verbinden. Das würde ich nicht verstehen, warum. Jetzt bin ich wirklich... Jetzt bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ich mache nur Blödsinn hier. Ich meine, jetzt habe ich die Schatten verbunden, aber... Bei dem einen ist es Farbe, bei dem anderen nicht. Aber was bringt mir das effektiv? Rein gar nichts. Was sehe ich denn nicht? Ich meine, hier scheint keine Grenze nach oben zu sein, aber... Geht's noch mal runter. Ich nehme zwar zur Sicherheit was mit, nämlich den Käse. Aber... Oh, das ist nicht... Oh, shit. Cooler Käse. Yo! Unterzuckert. Holy shit. Meine Nerven. Das... Also, ich habe gerade einen Schiefen dafür bekommen. Hey, meine Nerven. Aber da geht's nicht... Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich habe nichts davon. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr zurück. Also, hier ist definitiv Schluss. Weiter zurücklassen Sie mich nicht. Okay. Und hierhin kann ich aber auch nichts mitnehmen. Und da ist noch so eine ganz winzige Tür. Die irritiert mich nach wie vor. Und hier kann ich nicht mehr runter. Und hier ist dieses eine Exit-Sein. Ist das wieder hier? Oder war das wirklich... Das war wirklich von mir vorhin noch scheinend noch irgendwo hingefallen. Okay, doch. An die komme ich jetzt wieder ran. Also, ich kann hier oben wieder Exit-Seins erstellen, aber... Das hilft ja nicht. Ich kann es ja eh nicht dadurch nehmen. Haaa. Sonst kann ich hier mit nichts interagieren, ne? Das andere kann ich ja auch holen, so. Das ist nicht das Problem. Aber wie gesagt, ich darf es ja eh nicht mitnehmen. Also nützt mir das nichts. Boah, ich bin lost. Das gibt es aber nicht, dass ich lost bin. Das kann nicht sein. Jetzt komme ich nicht mehr hoch. Oder komme ich da nochmal irgendwie hoch? Ich wüsste nicht wie. Und ich habe halt immer noch nicht dieses Ding hier ge... Wenn das Licht oben aus ist, ist auch der Effekt hier aus. Aber dadurch entsteht jetzt hier auch nicht... Jetzt geht es hier erst recht nicht mehr. Da geht es jetzt hier irgendwas? Wenn das Licht aus ist? Ne. Oder hier? Wer bildet sich dazu? Neue Figur? Oh, wait a moment. Oh, wait a moment. Ne. Ich dachte vielleicht so, aber das ist viel zu krumm. So wird das halt gerade. So zum Beispiel, ne? Dann ist die Stufe zwar... Ne, das ist... Ne, das ist alles, was ich denke, ist Quatsch. Alles, was ich hier versuche, ist Blödsinn. Ich weiß nicht, was ich mir dabei denke. Weil irgendwas muss es doch hier... Na, so wird es natürlich gerade immer. Das ist schon logisch, aber... Ich wüsste nicht, was mir das bringen soll. Aber ich komme jetzt, wie gesagt, nicht mehr hoch. Kann sein, ich bin schon wieder neu starten. Hä? Wo kommt der denn her? War der auch auf dem Mond mit drauf? Was? Hä? 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 Das ist das Ding, was da drin war. Aber wo kommt das her? War das auf dem Mond mit drauf? Hätte ich gar nicht da hochgeworden? What the hell? Dann sind da oben aber noch mehr. Dann sind da oben aber 100% noch irgendwelche Achievements. Und Easter Eggs und keine Ahnung. Moment, der ist, der ist durch. Ich kann da was durchnehmen. Da ist der Aufzug, den er angesprochen hatte. Don't get lost. What if there's fire in the elevator? Don't meet sister-in-law. Regular person, 3-5 Träume pro Nacht. Beer fund, 5$ Dakota. Wo sind's die XMS? Egal, wir gehen einfach rein. Oh mein Gott, ey. Yo! 4 Uhr. Ich bin bestimmt immer noch im Traum. Und es werden wir feststellen, sobald ich wieder was in die Hand nehme und gucke, ob es so aus sich auslöst oder nicht. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und das hat zu lange gedauert. Holy moly. Und tschüss.